Diese Zerstörung ist das wache Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lang. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Kommande, wir haben ein Problem. Was gibt's, Hask? Die Explosion des Todessterns hat die Corbus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Die Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Kommander, ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternenzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corbus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hass nicht allein auf der Corbus. Vielleicht schaffen wir es doch noch eben hier raus. Kommander, ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auf welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternenzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Sie befindet sich in der Nähe der Corbus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hass nicht allein auf der Corbus. Vielleicht schaffen wir es doch noch eben hier raus. Agent Hass, wir nähern uns der Corbus. Wie ist der Status der Triebwerke? Bionen Injektoren bei 60 Prozent. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. Und Bomber. Die Corbus beschützen. Sie hat keine Schilde. Guter Schuss. Die Bomber starten ihren Angriff. Die Corbus beschützen. Wie ist der Status der Triebwerke? Bionen Injektoren bei 60 Prozent. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Kommander, Jäger im Anzug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Die Bomber starten ihren Angriff. Der ist erledigt. Nicht schlecht. Agent Haas, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Millionen Injektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Kommander, Jäger im Anzug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Das wäre erledigt. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Die Bomber starten ihren Angriff. Agent Haas, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ionen Injektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Kommander, Jäger im Anzug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Die Bomber starten ihren Angriff. Der Abschuss geht an dich. Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten. Aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Nico, wir schalten die Bomber aus. Wir müssen diese verdammten Bomber dringend stoppen. Die Bomber zerlegen die Corvus. Künstler und Flügler noch im Sektor. Die Triebwerke sind fast bereit, Kommander. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Direkter Tester. Wir können nicht gegen die Y-Flügel. Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Millionen Injektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Kommander, Jäger im Anzug. Und Bomber. Die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Der ist erledigt. Die Bomber starten ihren Angriff. Mal hier. Was machst du? Wie schaut weit weg? Wird schon gesagt. Der ist es, dass wir von uns benötigt. Was, was du hier heute sein? Äußert diese Aufstehung. Das ist das PatternCheck. Sehr wenig. didn Sie finden super Ihnen? Versrotz uns survive. Ich bin relativt dran gewetaan. inken 펄 smoothly. Jäger zerstört! Die Bomber zerlegen die Corbus. Harsin, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Nico, wir schalten die Bomber aus. Erfrodin, eine leere Zeit. Er kann nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Triebwerke fast bereit, Commander. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Erfrodin, dass wir realisten. Agent Haas, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Arionen, Injektoren bei 60%. Ich leite Schild Energie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anzug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Die Bomber starten ihren Angriff. Ach so geht das. Wer ist erledigt? Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten. Aber die Triebwerke laufen noch nicht. Die Willkommenzeit. Nico, wir schalten die Bomber aus. Kurzer Schuss. Das wird Ihnen eine leere Zeit. Die Bomber zerlegen die Corvus. Die Triebwerke fasst bereit, Commander. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Der Jäger zerstört! Der ist mit der Erlehr gelaufen jetzt, Commander! Perfektes Timing. Agent Mikko zu Korbis. Ich bin direkt hinter ihm. Commander Versiu, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Trupp. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Embrado ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stil ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Amit Furcht. Amit Furcht. Admiral Versiu, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand. Rebellion, Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen teilen werden. Herr, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind doch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Hask, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moth Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moth Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Der Geldschiff wird auf und fallen! Was ist der Pfarrer, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Diese Jäte ist mit dem Spielraum. Ja, oder? Ja, oder? Der Herr ist ein Schöne. Ja, oder? Der Herr ist ein Schöne. Ich bin ein Schöne. Gibt es sich in einen Schöne. Vielen Dank.